bismillah und assalamu alaikum zu unserem podcast kaffee klatsch mit der muftia heute haben wir unseren ersten podcast und heute geht es vor allen dingen um die madrasa ich habe euch gefragt was ihr für fragen habt über die madrasa und die werde ich euch jetzt beantworten bei mir ist die schwester mariam die auch an der madrasa studiert und sie wird mir jetzt die fragen stellen assalamu alaikum mariam ihr habt euch fragen überlegt und die wollt ihr mir jetzt stellen inshallah taala und ich möchte sie euch beantworten genau also die schwester sind schon ganz neugierig und wir würden gerne einfach wissen wie es dazu kam dass du die madrasa gegründet hast ist eine sehr gute frage die madrasa ist ja wirklich ein riesengroßes projekt und um ehrlich zu sein ich habe es mir nicht so selbst zugetraut das wirklich zu machen es ist eine verantwortung die ich nie wirklich mir selbst aufladen würde aber es war eine sache die meine lehrer mir immer wieder ans herz gelegt haben sie haben mir immer wieder gesagt dass ich die verantwortung habe gerade weil ich aus deutschland komme gerade weil ich halt muttersprachlerin bin und auf so einem hohen niveau studiert habe dass ich solch eine madrasa gründe und euch dann das wissen authentisch vermitteln kann und das hat sich jetzt wirklich über mehrere jahre hinweg gezogen dass die lehrer mir immer wieder das ans herz gelegt haben und dann habe ich es wirklich die letzten zwei jahre meines studiums überlegt dass ich wirklich diese madrasa gründen möchte und habe dann auch mit der planung angefangen alhamdulillah wie ist das eigentlich so als deutsche frau ist das unterrichten von frauen im islam international anerkannt wie ist das in deutschland international ist es total anerkannt dass frauen unterrichten wenn wir mal in länder wie pakistan gucken oder england kanada amerika südafrika und so weiter dann ist es völlig normal dass frauen unterrichten und auch an den universitäten an den saudischen universitäten zum beispiel da ist es auch normal dass auch frauen unterrichten können es ist nur in den ja in deutschland zum beispiel ein thema mit dem nicht viele etwas anfangen können und das ist wirklich wenn man das sich international anschaut sehr untypisch wir wissen dass zum beispiel vor hunderten von jahren ist völlig normal war dass die frauen unterrichtet haben dass die frauen auch männer unterrichtet haben von den ganz großen islam gelehrten aus der vergangenheit die ganz großen gelehrten die hatten alle weibliche lehrerinnen nicht nur als sie kinder waren sondern auch als sie schon erwachsen waren als die jugendliche waren da hatten sie weibliche lehrerinnen und das war völlig normal hafiz ibn hadjar al-asqalani der autor von fat al-bari das ist ein riesengroßes kommentarwerk von sahih al-bukhari er war ein sehr sehr großer gelehrter während seiner zeit und man sollte denken dass wenn er einen 14 wendigen kommentar über sahih al-bukhari schreibt dass er denn einer der größten gelehrten gewesen sein muss seiner zeit das war er auch aber die größte gelehrten oder der größte gelehrte allgemein war eigentlich seine frau er hat sich auf das schreiben konzentriert und seine frau seine ehefrau sie hat sich auf das unterrichten konzentriert und sie hat regelmäßig vorträge gehalten wo tausende von männlichen gelehrten ihr zugehört haben auch aisha radio anha die ja unser ganz großes vorbild ist auch sie hat vorträge gehalten für die männer und auch die männer sie haben gesagt dass ihre vorträge besser sind klarer sind eloquenter sind als die ganzen vorträge von abu bakr und umar und othman und ali und so weiter wo die frauen sie haben eine ganz große rolle gehabt in der vergangenheit als lehrerinnen und das ist jetzt einfach nur in den letzten jahrhunderten verloren gegangen aber im moment sehen wir auch wirklich dass sich das wieder zurück entwickelt dass die frau noch wirklich wieder präsent sind als gelehrten und auch als muftias die erste muftia wurde im jahr 2015 in dubai ins amt gesetzt in pakistan gibt es einige in amerika in england vor allen dingen auch also es gibt auf jeden fall mehr und mehr muftias und gelehrten die wirklich eine sehr gute arbeit leisten können für die umma und das wissen verbreiten können maschallah warum findest du es denn so wichtig dass frauen gelehrte sind weil es gibt ja auch viele männer die gelehrte sind jetzt auch in den westlichen ländern warum denn gerade frauen es gibt so bestimmte themen die frauen einfach besser können sage ich mal ja also sie können zum beispiel die kindererziehung besser sie können besser sich um die psychischen probleme von menschen kümmern und so weiter das liegt einfach in der natur der frauen und gerade diese themen sind jetzt sehr wichtig vor allen dingen im westen wir haben hier ganz große herausforderungen mit der kindererziehung ganz große herausforderungen auch mit der psychischen gesundheit und diese themen können einfach frauen viel besser rüberbringen das erstens zweitens gibt es natürlich auch themen die einfach sehr wichtig sind wie zum beispiel die reinheit wenn es zur menstruation kommt oder zur wochenbett blutung das sind fragen die sehr wichtig sind und von denen einfach extrem viele dinge abhängen wie zum beispiel ist das gebet überhaupt erlaubt ist das gebet gültig und so weiter ist das fasten gültig muss man fasten darf man überhaupt fasten und so weiter von dieser reinheit sind einfach diese ganzen dinge abhängig und es sind themen die frauen nicht gerne irgendwelchen männern stellen ich meine welche frauen möchte jetzt erklären wie ihr ausfluss aussieht so dass ein mann jetzt darüber beurteilen können ob es eine menstruation ist oder nicht und dementsprechend brauchen wir einfach frauen die da sind die zugänglich sind die fragen beantworten können und die einfach da sind wenn frauen sie brauchen auch für die dauer ist es sehr sehr wichtig also es gibt einfach bestimmte themen die von frauen besser unterrichtet werden können als von männern und da gibt es gar keinen zweifel drüber und es gibt einfach bestimmte themen wo sich die fragen stellende person wohler fühlt mit einer frau als mit einem mann deshalb ist es so wichtig dass wir diese frauen haben hast du da auch schon privat häufiger die erfahrung gemacht dass besonders frauen da doch viel unwissenheit haben also es wird ja einfach nicht thematisiert in unserer gesellschaft wie du ja schon gesagt hast mit der blutung wann beginnt die menstruation ist eine zwischenblutung oder so hast du da wirklich schon oft die erfahrung gemacht dass da ganz ganz viel unwissenheit herrscht auch bei den frauen ja auf jeden fall die ersten dinge die man lernt wenn man konvertiert oder auch wenn man irgendwie ein muslimisches kind ist die ersten dinge die man lernt ist wie macht man nur du wie betet man und solche dinge ja und da sind halt vor allen dingen menstruation und auch rüssel also das duschen nach der menstruation total wichtig das sind zentrale themen und es kommen wirklich immer wieder vor dass halt schwestern nicht wissen dass sie zum beispiel rüssel machen müssen nach der menstruation das nicht wissen wann ihre menstruation anfängt dass sie nicht wissen wann ihre menstruation aufhört und so weiter und auch ein weiteres problem ist dass einfach so viele verschiedene meinungen darüber herrschen wann eigentlich die menstruation anfängt und wann sie aufhört wenn man sich da die vier imame anschaut sie haben schon meinungsverschiedenheiten aber dann kommt jetzt noch die meinung von ihnen dazu die noch mal ganz anders ist als die firma sahib und deshalb gibt es da ganz ganz viel verwirrung also nicht nur das unwissen herrscht sondern auch dass selbst diejenigen die halt versuchen wissen zu erlangen dass sie sehr widersprüchliche informationen bekommen von den imamen von den gelehrten und so weiter also das ist auf jeden fall ein großes problem und auch wenn es zum beispiel zu den rechten und pflichten von ehefrauen kommen viele frauen hören sich vielleicht mal vorträge an von männern wo dann irgendwie die pflichten von männern und ehefrauen festgesetzt werden aber es ist nicht unbedingt authentisch was da wirklich thematisiert wird und dementsprechend haben sie einfach ein falsches bild von dem was sie als frau leisten müssen oder was auch sie für rechte haben als frauen und da habe ich es immer wieder erlebt dass frauen auch ausgenutzt werden weil sie einfach nicht ihre rechte als frauen kennen weil es einfach nicht wirklich so thematisiert wird wie es thematisiert werden sollte also die matrasa gegründet hast hattest du oder beziehungsweise hast du eine bestimmte vision absolut meine vision ist dass ich das authentische wissen verbreiten möchte vor allen dingen halt im deutschsprachigen raum und der grund dafür ist dass wir nur mit dem wissen wirklich dienen können nur wenn wir das wissen über die religion haben und nur wenn wir wissen wie wir allah dienen können wenn wir allah wirklich kennen nur dann können wir wirklich allah dienen und nur dadurch können wir wirklich taqwa haben und iman haben und so weiter also es ist extrem wichtig das wissen über die religion ist extrem wichtig und gerade deswegen legt auch der islam so einen großen wert auf das wissen ich möchte mit dieser madrasa auf die bedürfnisse der umma eingehen dass wir weibliche gelehrtinnen ausbilden dass wir auch islam psychologische berater ausbilden die den geschwistern helfen können die vielleicht auch psychisch zu kämpfen haben ich möchte auch islamische erziehungsberater ausbilden dass diese erziehungsberater dann inshallah auch den muslimischen familien helfen können mit den ganzen alltagsproblemen die wir mit der kindererziehung haben in den westlichen ländern klar zu kommen im großen und ganzen möchte ich damit erreichen dass wir als umma stärker werden dass wir stärkere muslime werden dass wir einfach den islam viel besser ausleben können und dass wir wirklich zu den wahren dienen allahs werden können uns für interessieren besonders weil du ja diese matrasse aufbaust und du bringst ja ein großes wissen mit dir ob es da irgendwelche hindernisse gab was waren so die größten herausforderungen bei der gründung der matrasse wenn man so ein großes projekt startet dann ist es natürlich ganz vielen leuten einen dornen im auge und natürlich versucht chaton auch steine in den weg zu legen denjenigen die das ein dornen im auge ist die sind meistens neidisch das muss man wirklich ganz klar sagen gerade die gelehrten die im deutschsprachigen raum oder generell in europa tätig sind und vielleicht seit 20 30 jahren versuchen so ein projekt auf die beine zu stellen und das nicht geschafft haben die sehen dann da kommt dann so eine neue schwester ja die gerade so frisch aus dem studium kommt und dann schafft sie es da so ein großes projekt auf die beine zu stellen und auch noch so erfolgreich zu sein ich meine wie viele schwestern hatten wir wirklich von anfang an mit dabei das war einfach unglaublich und das hat einfach noch niemand vorher geschafft und das ist nicht mein verdienst oder das ist nicht mein erfolg sondern das ist etwas was einzig und allein von allahs kann oder taala kommt also bitte verstehe mich nicht falsch aber es war einfach auch ein fausthieb ins gesicht den anderen älteren gelehrten dass sie seit 20 30 jahren ist nicht schaffen soll ich ein großes projekt auf die beine zu stellen aber ich schon und natürlich war dann da auch neid mit verbunden wir haben auch einen gestvertrag gehabt am anfang des studiums wo einer meiner lehrer der scheich kamel ahmed genau darüber gesprochen hat dass wenn man neu etwas auf die beine stellen möchte dass es immer wieder leute gibt die dann neidisch sind die dann irgendwie versuchen die fehler herauszufinden und so weiter also es ist etwas was normal ist was bekannt ist was immer wieder passieren wird und was auch wahrscheinlich bis zum letzten tag einfach immer wieder so passieren würde denkst du dass da auch besonders ein fokus darauf war dass du eine frau bist das war natürlich eine sehr große angriffsfläche dass ich eine frau bin man kann mir vorwerfen dass ich emotional sei und dass ich nicht qualifiziert genug sein könnte und was auch immer aber ganz ehrlich da haben die sich die falsche ausgesucht ich bin halt in der dauer und im unterrichten tätig seit fast einem jahrzehnt ich weiß was das unterrichten bedeutet ich weiß was die da aber bedeutet ich weiß was die fitten bedeuten und ich habe einfach so ein dickes fell dass ich sowas nicht an mich rankommen lasse wir haben das in den letzten jahrzehnten gesehen dass ganz viele tolle schwestern und ganz viele kompetente schwestern aktiv waren in der dauer und dann so sehr angefeindet wurden dass sie einfach das gebiet der da aber wieder verlassen haben und gerade deshalb ist es extrem wichtig dass wenn man in die da aber geht wenn man in das unterrichten geht wenn man so ein großes projekt startet dass man sich wirklich zu hundertprozentig sicher ist dass man mit diesen ganzen fitten dass man mit den ganzen anfeindungen und so weiter klarkommt und dass man das absolut nicht an sich herankommen lässt aber es ist vor allen dingen sehr wichtig zu wissen auch für mich selbst dass ich die unterstützung von meinen ganzen lehrern habe es war nicht meine eigene idee diese madrasse zu gründen sondern es war die idee von meinen lehrern und ich habe einfach diese unterstützung ja und meine lehrer sie sind international man kann es nicht wirklich anders sagen ich habe professoren in neuseeland in kanada in england in pakistan in saudi arabien und so weiter und sie alle unterstützen mich halt so sehr und es ist wirklich ein ganz großer segen dass ich diese sage ich mal armee von lehrern hinter mir habe die auch meinen rücken stärken und die mir auch sagen go out there girl das warst du schon du schaffst das also alhamdulillah für diese lehrer ich glaube auch dass wenn mehr frauen wissen erlangen dass dann auch die frauen stärker werden weil ich glaube das problem ist ja auch dass viele frauen so vereinzelnd doch relativ alleine sind im westen zumindest als gelehrte und desto mehr wir haben desto stärker werden wir dann auch und desto mehr werden sich dann auch inshallah trauen viele möchten auch wissen ob es vielleicht eine möglichkeit gibt dass man dich persönlich mal kennenlernen kann also eine schwester hat geschrieben knie an knie war dadurch dass ja die madrasse eine online schule ist haben wir ja jetzt so im alltag ja nicht die möglichkeit ich einfach mal so persönlich zu treffen ob du da was anbietest wir wollen inshallah auf jeden fall einmal im jahr eine sogenannte deutschland tour organisieren wo ich einfach wirklich von norddeutschland nach süddeutschland reise und mehrere vorträge halte und bei diesen vorträgen und bei dieser reise ist es natürlich dann inshallah auch möglich mich persönlich zu treffen dass es mit in greets gibt mit den studentinnen dass es vielleicht auch ein gesprächsforum geben kann mit menschen die einfach nur fragen stellen möchten über die madrasse die mich einfach so persönlich kennenlernen wollen und so weiter also da planen wir auf jeden fall etwas und das soll inshallah wenn alles gut geht einmal im jahr stattfinden natürlich wissen wir nie ganz genau was passiert das haben wir auch bei kovid gesehen dass dann einfach mal ein strich durch die rechnung gemacht werden kann aber das ist auf jeden fall das was wir planen ist das eigentlich so dass in der madrasse nur schülerinnen sind aus deutschland wir sind tatsächlich international wir haben schülerinnen vor allen dingen natürlich aus deutschland aber auch aus der schweiz österreich auch aus england wir haben sogar schwestern aus marokko belgien aus der türkei jordanien und so weiter also wirklich international mashallah mashallah gibt es denn noch kurse die du in zukunft planst im moment haben wir ja schon die großen mammut projekt kurse sage ich mal das sechsjährige alimia studium das ist das klassische gelehrten studium wie es in pakistan jordanien in der türkei und so weiter unterrichtet wird dann haben wir auch einen zweijährigen arabisch intensivkurs ein zertifikat in islam psychologischer beratung ein zertifikat in islamische erziehungsberatung und auch generell für eltern vor allen dingen für die islamische kindererziehung und dann haben wir weitere kurse die nicht so große mammut projekte sind wie zum beispiel die junior kurse für die kinder also dass auch kinder bei uns die möglichkeit haben den islam zu lernen und wir haben auch einen kurs für konvertiten dass wir den konvertiten die möglichkeit geben wirklich von anfang an begleitet den islam zu lernen dass sie ansprechpartner haben die auch teilweise selbst konvertiert sind und dass sie sich nicht irgendwie in einem dilemma wiederfinden wie die meisten konvertiten dass sie nicht wissen wo sie wissen hernehmen sollen wir versuchen wirklich mit diesen kursen auf die bedürfnisse der umma einzugehen und inshallah in der zukunft haben wir auch noch ideen wie über hijama über rukia dass wir auch noch über rukia unterrichten wollen und auch über die islamische klinik seelsorge was macht dich denn besonders glücklich beim unterrichten an der matrasse und vor allen dingen auch bei der gründung der matrasse dass ich so viele tolle schwestern kennenlernen darf das ist das was mich am glücklichsten macht dass wir wirklich als umma zusammenkommen dass wir uns gegenseitig unterstützen können teilweise ist die matrasse wirklich eine hilfezentrale ja eine schwester hat ein problem sie braucht eine wohnung was auch immer und dann werden einfach ein paar telefonanrufe getätigt und irgendjemand weiß schon irgendwie wie man weiterhelfen kann und einfach wie wir als familie zusammenwachsen wie wir einfach als geschwister uns gegenseitig unterstützen können wie wir wirklich das umma gefühl erleben können das macht mich am allerglücklichsten dass wir wirklich so diese einheit der umma erleben können alhamdulillah was würdest du zu jemandem sagen der gerne studieren möchte sich aber noch unsicher ist man kann sich nie sicher sein dass man mit dem studium anfangen sollte man macht es einfach es sind meistens diese ganz spontanen entscheidungen die wirklich die besten sind weil wenn man länger darüber nachdenkt ob man das studium machen sollte oder ob man anfangen sollte den islam zu studieren dann gibt man schaitan die möglichkeit einem was wasa zu geben deshalb man muss sich nicht sicher sein jede einzelne minute die man mit dem erlangen des wissens verbringen kann ist ein gewinn und das erlangen des wissens ist ibadah es ist anbetung von allahs das was wir im studium lernen das ist das wissen über die religion allahs da muss man sich nicht sicher sein man muss es einfach nur machen beim nächsten mal wann wir inshallah auch über mich und meinen werdegang sprechen und dann werdet ihr auch merken ich war mir auch nie sicher ob ich das studium schaffe ich war mir eigentlich immer sicher dass ich das nicht schaffe und alle leute die mir gesagt haben dass ich es schaffen werde die habe ich fast ausgelacht sogar bis zum ende meines studiums habe ich nie wirklich daran geglaubt dass ich es wirklich schaffen kann aber ich habe es geschafft alhamdulillah und genau so könnt ihr das auch schaffen also wenn ihr gerne studieren wollt euch aber noch nicht sicher seid lasst das ich bin mir noch nicht so ganz sicher einfach weg und macht es einfach versuchen ist halb gewonnen ja das waren super schöne worte zum schluss liebe Mufti vielen lieben dank für deine motivierenden worte sehr gerne wir sind schon fleißig fragen ansammeln fürs nächste mal und freuen uns schon mehr über dich erfahren zu dürfen inshallah ich freue mich auch auf eure fragen und inshallah hören wir bei uns beim nächsten mal assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuhu walaikum warrahmatullahi wabarakatuhu abone ol abone ol